Mein erster Gedanke war, kenn ich. Danke, wir melden uns. Das ist ein ganz cooles Sketchformat. Wie es Schauspielern so geht. Das wird eine Mega-Referenz für uns alle. Danach geht es nur noch nach oben. Ich habe gelernt, meine Emotionen in meinen Händen zu speichern. Okay. Den Text hast du vorbereitet? Klar, war doch genügend Zeit seit gestern Abend, 22 Uhr. Weil die Agentur damit quasi zeigt, was sie hat. Genau das ist es. Warum sollte man sich das Format angucken? Erstens aus Unterhaltungsgründen. Ich mache auch Pantomime. Ich habe genug gesehen. Es ist sehr guter Situationskomik. Um sich inspirieren zu lassen, dass nicht jedes Demo-Band gleich aussieht. Weil es gut ist. Wirklich? Auf jeden Fall junge Schauspieler. Caster, Regisseure. Alle Filmemacher. Generation YouTube. Ich freue mich drauf. Lachen und Beifall immer mehr vor. Ja, Sie stellen. Aber wenn fünf an. Seht's tur, extyal wir es Bestrau, ist grounded, macht den Fleck jed roommate. Vielen Dank.